Und es sind halt echt nur noch zwei. Finde ich super. Komme ich heute noch weiter als geplant und... Wir nehmen die mit. Die ist besser. Die tötet sofort. Und dich tötet sie jetzt nicht oder was? Ja, leck. Leck. Und tschüss. Und tschüss. Und dich kann ich nicht töten. Toll. Ach, ja. Nicht in die Abgründe fallen. Das Masteren wird da und... Jetzt muss ich nochmal richtig anfangen zu lecken. Und wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich um? Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Hä, mich kann man jetzt so einfach rausreinlegen. So, und jetzt dann nübe. Kann ich die wenigstens einfrieren? Und... Oh, das ist mies. Das ist mies. Okay, da drüben ist irgendwo die Plattform und ich hoffe, ich schaffe es da jetzt nübe. Wie, da wäre ausgewiesen? Oh, toll. Da ist noch mehr von den... Oh. Oh. Heilige Scheiße. Ihr spinnt doch total jetzt oder was? Raus. Nur raus. Oh, noch eine. Klasse. Klasse. Na, denkt mal. Jetzt ist man fertig. Oder in der letzten Runde. Kannst du mal schön gemütlich machen jetzt. Uh, das war knapp. Das war knapp. Nein, da kommen die Entwickler und... Boah, komm, nein. Gibt's doch nicht. Ich hab da oben. Und sagen einen, nein, du musst noch eine Runde machen. Noch eine. Hä? Ey. Was will denn auf? Komm ich da nicht hinauf? Nein. Also außen rumlaufen. Eben nicht. Geh weg. So ist weg. Und eine große... Kann ich das Ding... Kann ich's töten? Kann man das Ding mit Feuer töten? Ne, konnte man glaube ich nicht, oder? Ich komme eh nicht hin. Also weiter. Und tschüss. Und... Dichthörig auch noch. Und... Oh, ich steh in der Luft. Yeah, ich steh in der Luft. It's magic. Wie war das? Er ist ein Hexer. Verbrennt ihn. Yeah. Äh, nein. Was ist da noch? Was ist da noch? Etwas, was mir gar nicht gefallen wird. Und... Fällst da runter. Und da ist schon der Ausgang. Echt jetzt? Schön wär's gewesen, ne? Ihr seid doch Mistkerle. Wo muss ich denn hin? Und... Ah, die Tür. Die Tür. Ich sehe die Tür. Jetzt muss ich nur noch hinkommen. Äh ja. Solle nicht allzu schwierig mehr sein. Ich hätte vielleicht nochmal schauen sollen, was drüben rechts... Äh... Und... Drüber, drüber, drüber. Und lass mich raus. Lass mich raus. Und... Was? Da kommt noch was. Ja. Okay, halt. Toll. Toll. Kommst du auch mal wieder. Äh... So. Oben noch drin. Gibt's dann vielleicht wieder einen Stern? Ja. Einfach nur drausspringen. Schaffbar. Hoffe ich mal. Ja, ja. Soll ich nur, wenn man jetzt so blöd ist wie ich? Und wie soll ich da raufkommen, hey? In der Plattform oder was? Egal. Egal. Und er wird noch schneller. Und... Ah, komm. Haha, komm. Immer noch nett. Gib auf. Du hast keine Chance. Hast doch keine Chance gegen mich. Ich bin übermächtig Ich hab nämlich ein Halstuch auf dem Kopf Und Oh, jetzt wird er aber ganz schön schnell Egal Noch schneller Okay, jetzt wird's extrem Doch nicht so kurz vorm Ziel Wie, ich muss die Welt jetzt nochmal machen Ach, ich hasse euch Wer hat sich das denn jetzt wieder ausgedacht? So, wie verlängern wir das Spiel noch ein wenig Oh ja, und gleich wieder irgendwo anders neigesprungen Hauptsache der Pilz ist wieder weg Und Erhol ich mir eben gleich einen neuen Aber jetzt wird das alles natürlich drei Nummern schwerer Da nun, da wollen wir jetzt mal nicht Nein Wir wollen Alles so schwierig ohne Blume Ach ja Was ist da drüben noch? Pilz, nehmen wir mit Und da Was wir jetzt machen? Können wir da rein vielleicht? Wir können da rein Oh, wo sind wir denn jetzt? Ganz weit oben Was ist da drin? Blume Blume Die nehmen wir mit Die brauchen wir Und jetzt springen wir einfach auf Glück, Glück, da runter Oder wie Sehe ich denn? Sehe ich exakt richtig War da oben vielleicht noch irgendwas Noch was, das wir brauchen könnten gegen den Boss Jetzt wird mir das verdichter und ne Hat er noch was? Ist ja jetzt nix Lassen wir es Wir wissen wo das endet Und zurück zum Boss Okay, diesmal gehen wir gleich auf die Plattform Ab auf die Plattform Oh Oh, was ist das jetzt? Oh, das ist ja mies Und wir können ihn Und wie soll man da drauf kommen, verdammt? Obwohl, wenn ich jetzt da springe, dann fällt wieder das Ding da auf mich Okay, wie komme ich da drauf? Wie? Ah, ich glaube, so käme ich hoch genug Toll Jetzt habe ich noch Hindernisse im Weg Oh, das trifft ihn Und das ist ja interessant zu wissen Gut, dass ich das weiß So, komme ich da jetzt vielleicht so rauf? Ah, ja Ah, der zweite, der ist fort Der ist fort, ganz toll Schön hast du das Oh, nein Der ist fort Ja, fort Also sind wir wieder so komplett ohne Alles Toll Stern wäre schön gewesen Stern wäre gedicht gewesen Das zählt ja nicht Ich war doch voll drauf Na gut, versuchen wir es so nochmal Ja, komm, ich habe nur noch getroffen Sollte auch nicht zu früh springen Nein Ach, und nochmal Okay, ich würde sagen, ich schneide hier und Mach dann weiter, wenn ich wieder beim Boss bin Und Ich bin